Dieses Modell ist elektrisch angebildet. Das sind natürlich meine ... ... der LX-Wagner, der Eiko-Fuscher, eine Person vom Berg. ... der zwei Stunden lang, wie das Verkehr zusammengeschickt hat. Dann hat es der Funk und der Schlecker übrigens, die sind Algenbauer. Und dann gibt es den natürlich auch natürlich Naturfreude. Die Schlecker, die Lecker, muss man ja auch diese Nase da vorne, um da die Scheibe unten zu entsprechen. Und dann geht es um ... ... vorigehen ... ... hier ... ... und ... ... auf 6 ... ... und auf 7 Seite. Und dann auch überhaupt alle die Modelle, die Sie hier stehen sehen, ist ein eigentliches Thema. Bei beiden, der Erzeugung, ... und das ist einfach, danke. Wir können natürlich ... ... das Zielmodell aus dem Handel bei der Herstellung, ... der Anzertatorisch-Schloss, ... das drüben, ... und der ... ... Stutz an den Boden, ... ... allem, ... der Bereich, ... der Grundschaft. Und das sind natürlich dann schon ... ... nicht so viele Regionen, ... die wir an den ... ... gestrehen, ... weil die Regionen dann entspannen können. Und das ist ein ... ... das Dorfgericht. ... ... ... mit seinem 1013 Lappervor. So, Matthias hat es schon angesprochen, wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, sprechen Sie den Kuloden an, Sie sind dankbar, die erzählen so gerne über Ihre Modelle, erzählen Ihnen alles wohl, was Sie wissen wollen, da wird keiner sich verleidern und sagen, ich mag Ihnen das nicht, Sie sagen Ihnen gerne, allen Dingen, was Sie interessiert, weil das ist einfach, ja gut, das muss ich schon sagen, schon was da tun, und zwar unsere Modellflieger. So, ganz speziell aus dem Kuloden. 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 Untertitelung des ZDF, 2020